hallo hallo freunde chinesischer unterhaltungselektronik ich habe heute mal wieder so eine kleine zusammenfassung in einem kurzen video was im moment so alles als an angeboten verfügbar ist wie immer unter meiner seite auch einiges zu finden moschus.de unter anderem das hipo 737s ich hatte dazwischen ein video gemacht ich finde das notebook ganz fantastisch und mehrere hatten dann schon gefragt ob ich es verkaufe ich habe es leider schon vermacht sagen wir mal so an ein familienmitglied und dann halt ob es halt noch im angebot ist oder nicht war es jetzt auch ewig nicht gewesen ich hatte es damals im angebot bekommen ja schläppchen geschlagen hat mich voll gefreut und hat eine ganze zeit gedauert aber jetzt gibt es das wieder für 158 euro und das noch fünf tage lang das ist für dieses notebook ein echt guter preis 13,3 zoll total angenehme größe ja auch angenehmes gewicht was haben wir hier 1,18 kilo windows 10 full hd panel dann speicher na klar das ist jetzt nicht alles übelst krass 4 gig aber voll in ordnung und harddisk memory 128 giga das stimmt ja aber nicht ich glaube da haben sie sich verschrieben das wäre ein bisschen sehr viel das ist so viel ich weiß die 32er beziehungsweise 64 64 version steht es hier irgendwo ach ja in der z38 50 der eine ganz vernünftige leistung liefert zum zocken sicherlich weniger doch das ist die 108 wow da habe ich mich ja vorhin sogar dann ist es ja noch crazier was habe ich denn geschrieben äh gar nichts weine ist mich ja selber ein bisschen leidisch ich habe bloß die 64er nämlich damals bekommen für ein bisschen weniger noch ich dachte das angebot wäre jetzt einfach ein bisschen teurer dabei ist das hier ein anderes das sind das hier nicht hinschreiben. Das ist doch voll die Überpromo. Ich gehe jetzt irgendwie davon aus, dass es die 64er ist. Nee, das ist die 128 Gigabyte EMMC Speicher. Fest verbaut also. Vor allem, ihr könnt ja zusätzlich noch eine SD-Karte reinmachen, den Speicher noch weiter erweitern, wenn man das unbedingt braucht. Ja, auch der Akku und so. Ich meine, klar, das ist ein komplettes Plastikgehäuse. Sieht jetzt hier aus wie Aluminium, ist es aber nicht. Aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ich glaube, die 128er haben mich bisher gar nicht im Angebot gewesen. Nur die 64er. Und ich habe ja auch im Review schon gesagt, wer hier wirklich ein bisschen Speicher braucht, also auf jeden Fall gleich die 128er nehmen. Da ist man ja auch in Zukunft ein bisschen auf der sicheren Seite. Seht auch mal, wie dünn das ist. Na toll. Ich habe bloß die 64er. Na gut, ich habe es eh abgetreten. Das Notebook. Aber egal. Hier, also wie gesagt, zum Zocken ist es nicht geeignet. Also League of Legends zum Beispiel. Ja, das lief gerade so. Hier, Ronny, dem habe ich es auch geliehen gehabt. Der könnte auch gucken auf seinen Kanal. Der hatte noch ein paar andere Games getestet. Mehr so ein bisschen so Shooter. Ich hatte League of Legends und das lief halt jetzt nicht unbedingt so prall. Es war spielbar. Aber nicht zum Pro-Game geeignet. Wie dem auch sei, es ist ein geiles Notebook. Das Siebbo hinten, das ist eigentlich auch gar nicht auf. Das leuchtet eigentlich. Es ist auf jeden Fall ein geiles Notebook. Also ich mag das. Ich habe mir jetzt das Pinebook ja jetzt noch getestet und da habe ich 180 Euro für das Ding bezahlt. Das hat vielleicht halb so viel Leistung, ja. Aber das ist einfach das. Ich habe bisher noch kein vergleichbares Angebot gefunden. Avocad dabei sind, ich will ja auch andere Notebooks testen. Wenn ihr was findet, was auch geil ist, auch so in den Leistungs- und Preisbereich, schreibt mir das auf jeden Fall ins Forum. Könnt ihr hier einfach auf Forum drücken. Und dann beim Produktvorschlag. Ja, bin ich immer auf der Suche. So, nächstes Thema. Das Mnet Power habe ich heute bekommen. Das habe ich, glaube ich, auch auf meiner Internetseite mal was darüber geschrieben. Das Gerät kostet 41 Euro. Ist jetzt wieder im Angebot für 41 Euro. An sich Standardwerte, ja. Also auch 65, 80, HD-Screen, 1,8, also 1 GB RAM, 80 GB Festspeicher und da weiter. Ja, was sie ja alle haben. Aber der Akku, der Akku, der fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Ich habe das Gerät heute geliefert bekommen. Ich mache das Unboxing, hoffentlich morgen, morgen oder übermorgen. Habe aber schon mal ein bisschen reingeschaut. Ist es schon ganz vernünftig. Das Einzige, womit man eigentlich schon fast rechnen kann, 180 Gramm für einen 15er, ordentlich und 1,08 Zentimeter Stärke. Und das merkt man auch. Ist wirklich kein schöner Prügel. Aber für diejenigen, die wirklich sagen, ja, es soll ein vernünftiges Telefon sein. Und für den technischen Daten ist es das auch, aber der Akku. Der Akku ist für mich einfach mal das aller, aller Wichtigste. Für den ist das Gerät hier wunderbar geeignet. Ich meine, das wäre auch so ein Festival-Telefon. Das hält das gesamte Festival. Und wenn es einem geklaut wird, ist es nicht so das Drama. Ja, aber da kann man sich mal wirklich das Ladegerät sparen. Weil 5050 mAh, das ist wie beim Wernitore E. Wenn ich mich nicht irre, mit dem kleinen Unterschied, dass halt hier die Leistung ja durchaus begrenzt ist. Das ist ja ein 5-Zoller HD und der 6580 reicht für Android 7, davon abgesehen. Aber zieht alles nicht so viel Strom. Was bedeutet, dass der 5050 mAh Akku wirklich ewig halten sollte. Wegen halt der durchaus begrenzten Performance, die aber zum Arbeiten und für YouTube auf jeden Fall ausreichen sollte. Also, hier nochmal kurz, ja, ist gerade ein Angebot. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Auf meiner Seite war es ein bisschen nach hinten gerutscht schon. Wegen den ganzen Triebessels-Telefonen, die ja jetzt hier alle sich so in den Vordergrund gedrängt haben. Nächstes Thema. Gearbest macht gerade eine Aktion. Die hier. Nennt sich Promotion Active. 3, 3, 6. Ne, nennt sich Autumn Harvest Party. Habe ich jetzt leider ein bisschen verpasst. Ich ärgere mich selber. Es ist schon angefangen und endet in 5 Tagen. Weil nämlich, hier erstmal, das werde ich euch auch verlinken, unten. Da könnt ihr euch ja mal ein bisschen durchscrollen, was es feines gibt. Aber was mich jetzt selber auch interessiert hat und offensichtlich sehr beliebt ist. Das sind Lucky Bags. Habe ich jetzt einfach gesucht. Kann ich euch auch mal verlinken. Und da sind jetzt viele ausverkauft. Das ist offensichtlich halt so Überraschungspakete. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Aktion gestartet wurde. Eben, weil hier viele schon weg sind. Und welche sind schon weg? Natürlich alle, die von Xiaomi. Ja, das ist auch direkt hier in der Suche schon so vorgegeben gewesen. Offensichtlich oft gesucht wurden. Kamera, das ist dann halt auch hier zum Beispiel Xiaomi Smartphone. Ne, Smartband. Also irgendwas mit um das Armgelenk schnallen. Earth Amazing Xiaomi Kamera. Genau hier out of stock. Also, das hier war glaube ich auch schon weg. Jupp. Mist. Bin ich voll verbockt. Buckt. Aber egal. Ich habe mir trotzdem auch eine Lucky Bag bestellt. Auslieferung ist jetzt in einer Woche oder sowas. Müsste noch mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass die mich dann auf einen Schlag ausgeliefert werden. Und ich habe... Mist, das habe ich ja gar nicht gesehen. Hot Tablet gibt es... Ach, das ist natürlich auch schon weg. Ja, ich habe die Lucky Bag mit Hot Tablet habe ich dann... habe ich gekauft. Und da ist dann halt irgendwas zufälliges drin. Also natürlich dem Thema entsprechend RC. das ist dann also hier ferngesteuerte Autochin oder irgendwas. Ach, hier. Nein, das auch nicht. Ne, das ist Lucky Bag with an Epic Tablet. Also mit einem epischen Tablet-PC. Ja gut, das klingt schon so. Die habe ich auch ausverkauft. Ne, ich habe die Lucky Bag mit... nur mit Tablet-PC. Und da ist dann wahrscheinlich ein Tablet-PC drin. Ein zufälliges. Das ist auch krass. Lucky Bag Tablet Items. Three Picks. Also drei Stück Tablet. Also drei Tablets für nur 33 Euro? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Naja, ich lasse mich jetzt endlich auch einfach überraschen. Dafür sind die Lucky Baxter da. Das heißt, die ja glückliche Tasche, wenn ihr so wollt. Ich verlinke es euch mal. Vielleicht findet ihr auch noch irgendwas, was euch interessiert. Das ist ein Teil der Aktion. Den Rest der Aktion findet ihr dann eben auf der Seite, die ich schon geschlossen habe. Ähm... Ach, sowas Blödes. Äh, nee, genau, die hier. Äh, die verlinke ich euch auch mal. Und ihr könnt auch mal sehen, äh, Gearbest verkauft ja alle möglichen Kram. Hier die haben auch Hosen, Schuhe und, äh, Kleider und was weiß ich nicht alles. Das ist unglaublich. Die verkaufen die gesamte Welt und gleichzeitig all möglichen Kram. Äh, hier, sieht man das mal. International die sind. Das ist echt krass. Hier, äh, müsstet ihr das Xiaomi auch Rucksack gemacht? Ich hab auch einen Xiaomi Rucksack. Der ist echt super. Also von Xiaomi kaufe ich eigentlich alles. Ich hab jetzt einen Xiaomi Wasserkocher bestellt. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Da bin ich auch total gespannt. Ähm, es gibt ja auch Xiaomi. Dafür bin ich aber echt zu klein. Erstmal, sowas würde ich auch gerne mal testen. Gibt's auch von Xiaomi? Solche E-Roller? Ähm, nee, was ich gerne übelst gerne testen würde, das wäre so ein Xiaomi Notebook. Aber, obwohl Xiaomi ja echt viele günstige Sachen macht, ja, kriegt man ja auch günstige Telefone wie das Redmi 4X, was ich auch vorgestellt hab. Gibt's jetzt hier für 100 Euro. Die sind die Notebooks aber recht teuer. Ja, auch 13,3 Zoll. Aber seht ihr ja, für ein China Notebook ist das echt ganz schön teuer. Und für mein Budget ebenfalls. Die ganzen Versionen. Ja, gibt's ja auch gerade als kleines Beispiel ein Angebot. Auch nur noch einen Tag. Ja, ich bin ein bisschen spät dran mit diesen, ich würde es eigentlich schon früher machen. Aber, ich werde es euch mal verlinken und dann könnt ihr ja einfach mal, hier seht ihr mal, wie das hier unterteilt ist. Und das ist echt unglaublich vielseitig. Da kann man ewig rumgucken, als dass ich das jetzt hier alles kurz festmachen könnte. Mechanisches Keyboard von Motorspeed wollte ich eigentlich auch mal testen. Aber, da kriege ich demnächst auch mal eine coole Tastatur noch. Das wird auch super. Und Monitor haben sie übrigens auch. HKC, die Marke will ich eigentlich auch mal testen. Aber im Moment, ich soll mich mal ein bisschen zurückhalten. Ich habe jetzt so viel Zeugs zum Testen, ich muss jetzt auch alles mal irgendwann fertig werden. Nun, gut. Habe ich jetzt was vergessen? Ich glaube, das war es eigentlich schon. Ansonsten könnt ihr mal auf meine Seite gucken. Wenn ich irgendwas richtig Geiles, wirklich was Geiles finde, dann finde das auch mal auf meiner Seite. Klar, meine eigenen Angebote. Ich werde ja immer wieder gefragt, ich kann ja schlecht jeden Tag ein Video machen und immer wieder sagen, wo ihr mein Zeug findet. Hier meine Angebote auf meiner Internetseite, da habe ich das immer verlinkt. Einfach draufklicken und da kommt ihr dann auf Ebay und da verkaufe ich alles. Ja, natürlich habe ich wesentlich mehr Geräte, als was ich hier eingestellt habe, weil ich komme noch nicht dazu. Obwohl das eigentlich total wichtig ist für mich, dass ich das auch mal wieder verkaufe. Ansonsten schaut ihr einfach bei mir auf meinen Kanal, was ich gerade gereviewt habe. Aber bitte nicht irgendwas, was ich vor einem halben Jahr gemacht habe. Das ist dann meistens schon weg. Und dann könnt ihr ja im Forum dann einfach ein Topic aufmachen unter Marktplatz. Und dann könnt ihr direkt fragen. Zum Beispiel, was ich heute eigentlich einstellen wollte, habe ich es auch wieder mal nicht geschafft, ist das Werni Mars Pro. Ja, das ist auch ein total geiles Teil. Und dann könnt ihr einfach fragen, hier hast du das noch da. Und dann kann ich euch dann hier einen Vorschlag machen, was es halt kostet. Und dann per Paypal, dann kann man so, man kann über Paypal eine Rechnung erstellen, damit das Ganze dann halbwegs offiziell ist. Aber ansonsten braucht ihr ja bloß zu gucken bei meinem Ebay-Account. Also ich glaube, bin da schon recht ein sicherer Handelspartner, sagen wir mal so. Ja, ich habe auch Gewerbeschein, allen drum und dran wisst ihr ja Bescheid. Gut. Ansonsten wartet da einfach unter meinen Angeboten. Ihr könnt auch schreiben, wenn ihr wollt, dann mache ich auch extra, dann beide ich mich mit einem bestimmten Angebot und stelle das bei Ebay gleich ein. Da sieht man hier, die ganzen geilen Scheißen. Das Godan war eigentlich nicht schlecht, das G5 mit seinen Dual-Akkus. Ach ja, hat alles Spaß gemacht zu testen, auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Aber ich glaube, jetzt habe ich alles. Gucken wir mal noch mal kurz. Ich werde im Übrigen auch die Internetseite mal überarbeiten, das ist mit den Smartphones. Ich werde die Unterteilung weglassen, das ist zu umständlich. Alles kommt jetzt auf die Hauptseite. Alles. Das Elephone S8, auch nochmal für alle. Ja, der Vorverkauf ist gestartet, aber ich werde das Gerät frühestens Mitte Oktober kriegen. Da müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Das Ligo Kika ist, glaube ich, auf dem Weg und den Rest habe ich schon vorgestellt. Ach ja, genau. Das Werni M5. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das Werni M5 ist interessantes Gerät. Warum? Erstens ist es eine Promo für 100 Euro und hat auch technische Daten, wo man sagt, ja, nicht schlecht. Aber das Gerät ist gerade mal 6,9 Millimeter stark, wenn ich mich nicht irre. Ja, 6,9 bei 144 Gramm für ein 5 Zoll Gerät. Und 6,9 Millimeter ist extrem schlank. Ehrlich gesagt, mir ist es persönlich viel wichtiger, dass das Gerät schmale Bezels hat. Hat es auch. Aber ich rede natürlich von Tri-Bezels, wenn schon, denn schon. Das ist, weil, ja, die Stärke von dem Gerät, das ist dann, finde ich, eher die Haptik. Das sieht man hier noch nicht so. Außerdem ist es für mich wichtiger, dass das Gerät an sich kompakter wird und nicht schlanker. Aber es gibt ja Leute, die übelst draufstehen. Und daher, genau für die ist dieses Gerät nämlich hier perfekt geeignet. Der 6,9 Millimeter ist extrem schlank. Es ist, glaube ich, sogar schlanker als das iPhone 7 zum Beispiel. Naja. Und trotzdem sind die Bezels hier. Die Ränder oben und unten auf jeden Fall noch vertretbar. Es kostet 100 Euro gerade, weil es im Angebot ist. Und auch die übrigen technischen Daten. Ach ja, es hat eine interessante Größe. 5,2 Zoll. Also, für alle die, die sagen, 5 Zoll ist mir ein bisschen zu klein, 5,5 zu groß, naja, die Mittelgröße 5,2. Ach ja, und was übelst krass ist, 6,9 Millimeter Stärke. Und da ist es mir ein Rätsel, wie sie den Akku reingekriegt haben. Ja. Ich habe ja gerade im Test habe ich das Yumi Digi G. Das ist auch recht schmal. Das ist 7,1 Millimeter. Auf jeden Fall auch ein ziemlich dünnes Gerät, aber auf jeden Fall zu Lasten des Akkus. Der ist nämlich nur 2000 mAh stark. Und ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben. So ein schmales Gerät, 3300 mAh unterzukriegen. Und dann auch noch den 6750, ja, ist ein Octa-Core, der eine vernünftige Leistung bringen sollte. Und das Ding hat ja einen HD-Screen, sollte also rennen, wie ein Rennpferd mit Android 7. Und dann 4Gig festspeichern, 64Gig andersrum, 4Gig ROM, 64Gig festspeichern. Also auch, ja, wir haben das alles reingekriegt. Ich meine, hinter dem Akku dürfte eigentlich nicht mehr so viel Platz sein, wenn das Ding bloß 6,9 Millimeter stark ist. Unleicht ist es auch. Also, hier für alle die, die auf diese extrem dünnen Geräte stehen, das Wurni M5. Wurni macht zur Zeit ein gutes Gerät nach einem anderen. Das ist echt brutal. Verlinke ich euch alles beziehungsweise findet ihr auf meiner Internetseite. Und jetzt haben wir es. Danach kommt das Elephone S8, genau. Darüber hatte ich glaube ich schon gesprochen. Total kranke Daten, ist jetzt für 200 Euro. Oder war, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Können wir mal kurz gucken. Ist es schon ausgelaufen? Ne, läuft auf 5 Tage. Gut. Könnt ihr euch auch anschauen. Dann war es das erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Glaubt euch wohl.